Martini on the Rocks. Wussten wir eigentlich, dass Martini um 1860 in Italien gegründet wurde? Dieser Martini hier hat nichts mit dem James Bond Martini zu tun, der geschüttelt oder gerührt gehört. Das hier ist ein Getränk, das drei Italiener erfunden haben und es besteht aus Wein und Wurzel-Extrakten aus der Wermutpflanze. Irgendwie ein Grünzeug an der Wiese. Wirklich lecker. Lecker für den Arsch. Martini konnte nie wieder ins Glas, sondern nur mehr ins Klo. Warum? Denn ich vor dem Sonntag am Rathausplatz war, hier in Wien. Hier findet zum 18. Mal in Folge das Sommerkino statt. Im Sommerkino werden immer Operetten gezeigt, Ballette oder Weltmusikveranstaltungen und umrandet die ganze Veranstaltung mit einem reichhaltigen Gastronomieangebot. Eines dieser Angebote wird gesponsert durch die Firma Martini. Wir haben dort eine wirklich super fancy Bar hingezimmert, riesengroß, mit einem Wasserfall und einem Formel 1-Auto obendrauf auf der Bar. Und jeder, der cool genug ist, von dort hin zu kommen, kann über vier Treppenaufgänge hin zur Bar und sich dann oben hinsetzen und seinen Martini gemüßen. Tja, leider haben sie keine Rampe. Und so lange ein Martini diskriminiert, landen bei mir Martini in der Müllklo. Also, kein Martini mehr ein Glas für mich und Martini gibt es bei mir in der Wohnung auch nicht mehr. Weil ich finde, 2014 ist es nicht notwendig, dass man behinderte Menschen noch ausreißen. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass Martini Menschen mit Behinderung nicht dahin ausreißen soll, dann schnappt euch eure Martini-Vorräte, lehrt sie ins Klo, macht ein Foto davon oder ein Instagram-Video oder ein Line-Video und taggt es mit dem Tag Martini diskriminiert. Bis nächsten Freitag. Danke! Mabache-TV